Mein Name ist Niklas Brutz von Sommer. Ich freue mich auf dieses außergewöhnliche Intro und was heute ansteht. Wir gehen zur Relegation. Dinamo, Dresde! Gegen Kaiserslautern. Und welche Person ist dabei? Eine Wenigkeit. Genießt das Ganze, liked es, kommentiert es. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. So, jetzt vielleicht nochmal richtig. Ein herzliches Willkommen an jeden Zuschauer, Zuschauerin. Mein Name ist Niklas Brutz von Sommer. Ich bin gerade in Leipzig. Ich bin auf dem Weg zum Relegationsspiel zwischen Dresden und Kaiserslautern. Es geht entweder um den Klassenerhalt oder um den Aufstieg. Ich nehme euch mal mit und zeige euch das Ganze. Leute, ist Umut hier. Umut, Umut, Umut. Oh Leute, heute wieder nach Leipzig. Heute kein Stream. Eins möchte ich gesagt haben. Wenn ihr reist, ihr könnt eure Zahnbürste vergessen, ihr könnt auch die Boxershort vergessen. Aber was nicht fehlen darf, ist ein Vita-Vate. Jetzt mal Hand aufs Herz. Warum sollte ich lügen? Warum sollte ich liegen? International! Und da haben wir den amtierenden Champion. Er soll Kamera ausmachen! Adam, gute Besserung. Adam hat einen Kreuzbandriss nicht zugezogen. Kampione! Kampione! Gib mal deine Prediction für Spieler. 0-0 oder 1-1. Ich glaubte leider nicht, dass Dresden... Für wen? Er ist schafft zu gewinnen. Und Elfmitar schießen. Also Fußball interessiert sich nicht. Können wir trotzdem mal anstimmen? Du, 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 du,bedürshed ned? Na 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 na! Kennen sie Diyawusi? Er macht sicher heute einen Namen in Dresden. Gar? Also, ich probiere laut zu reden, ich weiß nicht, wie der Wind ist. Wir sind jetzt in Dresden angekommen, bzw. ich bin in Dresden angekommen. Für alle Fans da draußen, ich bin ganz, ganz, ganz neutral. Start the camp! Ich möchte einfach nur ein gutes Spiel haben, geile Atmosphäre und der Bessere soll am Ende gewinnen. Weil ich sehe schon die Kommentare von Kaiserslautern-Fans oder Dinamo-Fans, wie alle Leute, die die Story nicht kennen. Ich bin ja Spieler bei Walther Mannheim. Kaiserslautern und Walther-Fans, würde ich sagen, sind nicht gut zu sprechen. Deswegen, ich bin ganz neutral, ganz neutral, nur ein guter Kick. Für dich ist heute das Stadion? Ja, genau. Für wen bist du? Ja. Du hast jetzt die Chance, dir eine Regierung zu wünschen, was auch einzubringen. Ich bleib realistisch, 1-0 für Dinamo. Und wer macht? AG. Ja! Überwohnung, überwohnung! Ja, ich war es für neue Preise. Scheißegal, wie Hauptsache wir gewinnen. Ja, okay, cool. Gut, Jungs, das ist ein Sub und das ist ein Macher, wirklich. Geil, 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 geil. Für alle, die aus Dresden kommen und hier im EWK, gibt es eventuell Vita-Welt oder nicht. Falls es das nicht gibt, habt ihr einen Job, geht in den EWK und macht Lärm. Vita-Welt, Vita-Welt. Das sieht so hellerl aus, schmeckt aber so... Weißt du? Schmeckt so... Haber amerikanisch. Komm, 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 komm. Seid ruhig. 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 Macht ja keinen Sinn. Die haben schon gespielt. Top. Die haben gerade den Mann gefragt, ob es Vita-Welt gibt. Was ist das Problem? Komplett klar. Am ersten Tag habe ich es aus der Kopf. Weißt du warum? Es ist zu rakelig. Zu rakelig? Ja, ich habe bis jetzt irgendeine Sorten-Welt. Das ist einfach krass. Oder was anderes. Macher. Machen drei Macher, ne? Alien und so. Ja. Und noch ein Spasti. Willi. Einer denkt, er ist Karim Benzema und Lestin bei dir läuft, ne? Einer denkt, er spielt heute. Wie viel Geld versaust du dir in die Haare? Karim. Hier tritt meistens Modric die Ecken. Und jetzt kommen da zwei Striche rein. Boah. Boah. Junge, er ragt so. Warum musst du nicht das machen? Jetzt muss ich eh durchziehen. Ja, siehe. Ernst ist cool. Kommt. Lieber erstmal zu dir. Ja. Hey. Eins bis zehn. Ihr könnt jetzt in die Kommentare schreiben, wer würde und wer nicht würde. Also ich sag dir ehrlich, Bruder, ich würde nicht. Nee, ich würde nicht. Willi, er hat sich mal erschneidet dein Kollege die Haare. Er sagt, Bro, mach nur Lines. Ich schwöre es euch. Er sah eins gleich aus, dass er überall geblutet hat. Wenn du willst, ich mach dir die Lines. Er geht zum Spiegel. Er sagt, ihr habt frische Lines. Nein, er hat so geblutet. Er sagt doch, nee, ist frische und so. Hier haben wir zwei Lauternfans, aber auch Jürgen Würger, oder? Natürlich. So ist es. Jungs, gebt mir mal ein Feedback, wie das heute laufen wird. Sehen wir uns nächstes Jahr in der dritten Liga, oder geht ihr hoch? Wir gehen hoch. Ja? Fehlt euch das Derby dann nicht? Ja. Wird schon fehlen, aber in der zweiten Liga ist schon geil. Okay. Ergebnis? Noch ein kurzes Ergebnis? Ich sage 1-1, das ist die Verlängerung und dein Elfmeter schießen. Perfekt. Straßenbahn? Ich sage schon 2-0 für Lauda. Okay. Ey, ich drücke euch die Daumen. Habt Spaß. Wir sehen uns vielleicht in dem Stadion, ne? Wir sind jetzt auf dem Weg ins Stadion. Ich habe mich auch schon ausgerüstet. Ich trage heute die Nummer 11 von Dynamo Dresden. Ui. Andi man Diyawusi. Und wir sehen uns dann vorm Stadion, im Stadion und während des Spiels. Es machen sich hier gerade alle Dresdner auf dem Weg ins Stadion. Also ich glaube, heute wird das ein Ding, was Stimmung angeht. 10 von 10. Ich habe ein bisschen Angst auch. So. Wir begeben uns jetzt Richtung Stadion. Es ist geisteskrank voll. Also wirklich voll, voll, voll. Wir können mal da vorne zeigen. Also ich sage, was Stimmung angeht, wird das ein ganz verrücktes Brett heute. Dieses Ausstiegsspiel und Klassenerhaltsspiel. Für beide Teams geht es um was. Mal schauen, ne? Ich bin neutral. Wie gesagt, ich bin für Agi. Ich bin für Agi. Agi kann vier Tore machen und Dresden muss nicht gewinnen. Ja, das sage ich. Das geht bei uns. Durchschnittlich. Und auch ein paar Eltern schauen meines Erachtens. Warum? Weil ich jugendfreundlich bin. Weißt du, wie man sowas nennt, Chat? Ein Puma. Ja. 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 Stimme ab! Vamos Agi! Ich garantiere euch, und ihr habt es schon vorher Нет, Al Mei wird heute ein Tor machen. No coun. Agiiiiiiii! Wir hoffen! Wir hoffen! Wir hoffen! Ey, Leute, das ist geisteskrank laut. Ich weiß gar nicht, ob man mich hört. Aber ernst, es ist brutal, brutal, brutal laut. Lang was! Ja! Sag ich! Mannhof! Ja! 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 Wir helfen! Wir haben uns ein Spiel! Anni muss nur mit Tempo vorbeigehen! Tempo, 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 Tempo! Hey! Geisteskrank! Geisteskrank! Hier gehts mehr als nur Fußball! Die kämpfen! Die kämp estate wird ausaller istem! Anni! Nach? Anni! Hey! Hey! Was ist denn da? Ja, Junge! Gib Applaus! Ja! Zweiter Pfosten! Zweiter Pfosten! Bitte Zeit der Pfosten, Bruder! Bitte Schauf Zeit Posten! Bitte Schauf Zeit Posten! ...Saggy! Ja! 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 Aaaaaaah! Aaaaaah! Geisteskrank, genau so! Laufen, laufen! Zweiter Ball, hör zu uns dran! Also, erste Halbzeit. Erstmal gehen wir so stimmungstechnisch wirklich 10 von 10. Also, es ist eine brutale Atmosphäre. Ich weiß nicht, ob man das im Video sieht oder so leicht mitbekommt, ich hoffe. Zum Spiel würde ich einfach sagen, ich finde, bei beiden Mannschaften ist es jetzt noch nicht so krass, der Spielrhythmus zu sehen bzw. der Kombinationsfußball, den man sich als Fußballliebhaber wünscht. Aber beide Teams kämpfen, ich hoffe auf eine zweitbessere Halbzeit. Super Analyse, Fall Sky, The Zone oder Prime Vegan. Das Lied, lad dich zum Spielfeld, zum Kommentieren ein. Ich bin unglaublich. Danke! Helsinki-Viani Das war's. So, Freunde, das war der Stadion-Vlog bzw. das Relegationsspiel zwischen Dresden und Kaiserslautern. Ich hoffe, ihr habt coole Bilder bekommen, ihr habt coole Szene bekommen. Es ist leider so, bei so einem Wettkampf bzw. bei so einem Spiel, es gibt immer einen Gewinner und einen Verlierer. In diesem Fall war es Kaiserslautern. Deswegen an die Leute, die sich in Lautheim freuen können. Die Leute in Dresden sind enttäuscht. Ich war als neutrale Person da. Ich war für Agi da. Und deswegen möchte ich noch sagen, kommentiert das Ganze, liked das Ganze, wenn ihr sagt, Willi, das war ein unglaublich cooler Stadion-Vlog. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, dran fürs Zufall. Es geht 1, 1, 2, 3, Mr. Nice Guy, so high school, musical American Pie.